Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema ESG, also dem Investieren in Unternehmen, die besonders ökologisch und verantwortlich wirtschaften. Diese Idee ist nicht neu, aber da die Nachfrage nach solchen Investments stetig steigt, reagieren nun auch die Indexanbieter und bringen neue ESG-konforme Indizes heraus. So gesellt sich etwa zum DAX 30 seit März letzten Jahres der DAX 50 ESG. Wo genau die Unterschiede liegen und wie sich diese neuen Indexvarianten im Vergleich schlagen, das erfahren wir heute vom Leiter des Index Research der Commerzbank. Hallo Herr Matzke. Grüß Sie, hallo. Nachhaltig investieren wird den Investoren immer wichtiger und das Thema bekommt gerade neuen Schwung. Allerdings nicht wie früher, so gesehen nur grün, sondern jetzt sind auch noch weitere Kriterien mit dabei, die für die Aktienauswahl in einem Index dann entscheidend sind, wie soziale Aspekte, aber auch die Unternehmensführung. Wieso kommt gerade jetzt neuer Wind in die Sache? Ja, der Unterschied liegt da drin. Früher war das Thema eher ein Spezialistenthema. Mittlerweile wird es aber zu einem absoluten breiten Thema aus zwei, drei übergeordneten Gründen. Ich meine, dass aus der Gesellschaft heraus schon immer diese Forderung kam, Fridays for Future oder Pariser Klimaabkommen, Kyoto-Protokoll, das zeigt ja schon immer, in welche Richtung es geht. Jetzt hat sich aber die ganz große Politik dieser Sache angenommen, zum Beispiel der Green Deal der Europäischen Union, aber auch die neue amerikanische Administration denkt ja genau in die gleiche Richtung. Die Unternehmen haben die Thematik aufgenommen, meine viele legen Pläne vor, bis wann sie zum Beispiel CO2-neutral aktiv sein wollen. Das zeigt, dieses Thema bekommt von der Seite Dynamik und die Investoren wollen das natürlich für die Breite haben. Deshalb ist es sozusagen ein Megatrend, der so richtig ins Laufen kommt. Als Investor kann man natürlich dann auch zu ESG-konformen Indizes greifen, wie beispielsweise dem DAX 50 ESG, der seit circa einem Jahr berechnet wird und auch bald investierbar sein wird über beispielsweise Index-Zertifikate. Wie sind diese Indizes denn strukturiert und wie schlagen Sie sich im Vergleich zum großen Bruder, dem DAX? Ja, ich brauche eine Gesamtheit, in die ich investieren kann und hier bei dem DAX 50 ESG ist das so, das ist praktisch die Titel, die 30, die im DAX sind. Es sind die im MDAX vorhandenen Titel und die im TechDAX, das heißt zusammen circa 100 Titel. Und dann habe ich ja ESG-Kriterien, das heißt ESG-Anbieter, die kontrollieren nach ihren Kriterien praktisch, ist diese ESG-konforme Situation gegeben und dann ist eine Aktie sozusagen investierbar. Machen wir mal Beispiele. Natürlich Kohlekraftwerkeanbieter oder Atomkraftwerkeanbieter sind natürlich nicht dabei, aber auch Unternehmen, die zum Beispiel sehr stark auf militärische Güter konzentriert sind, die sind nicht dabei. Und das G-Unternehmensführung, das ist eine Frage der Transparenz. Ein gutes Beispiel dafür im letzten Jahr war Wirecard. Also die ESG-Anbieter waren da eher skeptisch bei Wirecard, weil die Transparenz fehlte. Und man sieht ja, das Kursdesaster ist sozusagen den ESG-Indizes erspart geblieben. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel auch VW-Dieselskandal, das ist sozusagen, da fehlt auch die Transparenz. Und deshalb ist VW oft auch bei den ESG-Anbietern auch nicht dabei. Kann man denn sagen, dass im langfristigen Vergleich diese nachhaltigen Indizes eigentlich dann ähnlich gut laufen wie der große Bruderindex und man sozusagen keine Renditenachteile in Kauf nehmen muss im Schnitt durch diese Glättung, aber trotzdem dann nachhaltig dafür investieren kann? Also viele von den Indizes haben eine tolle Performance. Hängt auch damit zusammen, dass es natürlich auch die Zukunftsthemen dort oft enthalten sind. Also wenn ich zum Beispiel Clean Energy habe, das heißt erneuerbare Energien oder aber Wasserstoffproduzenten, das sind natürlich auch Themen, die an der Börse so richtig nach vorne gehen. Das heißt, das findet sich natürlich dann sehr positiv. Trotzdem wird es ein bisschen phasenabhängig sein. Im letzten Jahr hatten wir die Situation, dass Wirecard den DAX 30 natürlich stark belastet hatte. Da war der DAX 50 ESG outperformed, weil er keine Wirecard hatte. In diesem Jahr ist es aber so, hängt er von der Performance ungefähr ein Prozent hinter dem DAX 30, weil die beste Aktie sind die VW-Vorzugsaktien aufgrund der E-Mobilitätsfantasie und den Kurssteigerungen. Die sind aber im DAX 50 ESG aufgrund des Gs, was wir gerade beschrieben hatten, nicht enthalten. Also da sieht man mit Blick nach vorne muss man damit rechnen, dass es mal Phasen so und so geben wird. In der Summe sind das gute Indizes auch zum Investieren. Kommen wir natürlich noch kurz zum DAX zum Abschluss. Wie ist Ihre Einschätzung hier? Sie hatten VW schon angesprochen, die den Index ziehen. Wo ist Ihre Gesamteinschätzung? Ja, schauen wir uns mal an. Hier ist die technische Lage für den DAX. Wir hatten ja seit 2017 so eine Seitwärtsbewegung, die immerhin unterhalb von 13.600, 13.800 über mehrere Jahre seitwärts ging. Und da sind wir mit einem übergeordneten Kaufsignal nach oben losgelaufen. Im Endeffekt mit einer Zeitverzögerung schließt man sich der sehr positiven Entwicklung, wie wir sie ja in den USA seit längerer Zeit sehen eigentlich an. Und dieses übergeordnete Kaufsignal hat ja ein technisches Kursziel von 15.500 bis 16.000. Da laufen wir zügig hin. Aber aus technischer Sicht ist es wirklich ein feines Problem, wenn man im Laufe des Jahres das Kursziel anheben darf in Richtungen, in die man sowieso denkt. Vielen Dank, Herr Matzke, für diese Einschätzung. Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin. 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 Vielen Dank.